Ich grüße euch alle. Raumnächte. Es sind die zwölf heiligen Nächte zwischen den Jahren. Die Zeit zwischen der Zeit. Es sind die magischen Nächte zwischen Heiligabend, dem 24. Dezember und dem Tag der drei heiligen Könige am 6. Januar. Dies sind die zwölf Raumnächte. Diese Nächte gewähren uns Einblick in das Geflecht unseres Lebens für die zwölf Monate des kommenden Jahres. Es ist eine sehr persönliche Zeit, in der wir uns hineingehen. Wir verabschieden das alte Jahr und öffnen uns für das Geschehen des neuen Jahres. Jede Raumnacht hat ihre eigene Macht. Alles, was du erfährst, bringt dich tiefer zu dir selbst, bis zu deinen tiefsten Bedürfnissen. Und jede Raumnacht symbolisiert dir die Geschehnisse, die auf dich zukommen. Es sind zwölf Nächte in großer Magie, die dir Lösungen und Bindungen für das kommende Jahr schenken. Durch diese Lösungen gewinnst du die Freiheit für dich, um Neues zu gewinnen. Und durch die Bindungen findest du mehr Liebe zu dir selbst und auch für andere. In den Tagen der Raumnächten solltest du dich nach einem alten Volksglauben unauffällig und still verhalten. Wichtige Arbeiten, wie zum Beispiel Wäsche waschen, solltest du nicht verrichten. Das Wichtigste in den Tagen der Raumnächte ist das Ausräuchern von Haus, Hof und Garten. Mit einem Räucherwerk natürlich. Damit verabschiedest du das alte Jahr und alles Negative, was sich in dieser gesamten Zeit angesammelt hat, das fegst du damit weg. Die Nacht vom 24. zum 25.12. gilt als besonders heilig. Und die Nacht vom 31.12. zum 01.01. hat die stärkste Wirkung der Voraussagung. Sie bezieht sich auf Liebe, Ehe, Familie. Durch diese Raumnächte findest du zu neuen Faden deines Lebens, indem du mehr Vertrauen zu dir selbst findest und den Mut, neue Ideen umzusetzen. Für die Raumnächte gibt es viele Rituale. Probiere es mal aus. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach an. Ich helfe dir gern. In lichtvoller Liebe, Eure Diria In lichtvoller Liebe, Eure, 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 E